man kann sehen gelb kann gewinnen aber teamwork macht halt den schlüssel zum erfolg aus so und jetzt kommt der finale oder es kommt noch mal ein spiel oder so was also es ja kann aber ich würde ich würde es nicht geil finden er hat zu zwölf ist auch kritisch mann ist nicht so geil ich stelle mal vor man schafft das dann auch noch mit der taktik der dumm ist es dumm ist es nicht weil viele springen dann runter und denken sich dann nur so oh gott oh gott oh shit oh shit here we go again alter nein nein habe ich gerade verschenkt nein das wäre so gut gewesen ich hab's verschenkt ich habe gerade massig an platz verschenkt ich bin immer noch bei gelb oben ja sehr gut da bin ich sogar auch noch alter war ich gerade dämlich könnte ich gerade im strahl kotzen ich bin jetzt unten auf der letzten plattform ja ich bin raus du machst es du bist erster ich war der letzte ja okay aber der ist auf der letzten plattform von daher er könnte noch einen jump schaffen aber da kommt er nicht mal raus du hast du hast du hast easy alter ich kann ja kann ich mich jetzt wirklich mal ärgern da kann ich mich gerade echt zum arsch kneifen so viel platz habe ich gerade verschenkt ja 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 ja